ARD Text im Auftrag von Funk Da sind wir wieder. Mit neuer Kraft. Ja, Kraft, wir waren einfach nur Pissen. Und geleerter Blase, ja. Das ist ne... Alter, das ist halt... Muss die Lettern da runter wahrscheinlich. Uh! Uh! Aha. 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 Okay. Okay. Ja. Ich hab das dumpfe Gefühl, dass wenn ich die Schwerkraft weg mache... Ach, die andere Kiste? Die Kiste, die da drüben ist, hoch geht. So, dann musst du das gleiche wieder normal machen, ja. Meinst du? Ja, bloß diesmal an die Leiter springen und äh... Du hast die Kiste bis nach ganz links schieben müssen. Ne, warum? Ne, ich will gucken, ob die Kiste jetzt hier oben ist, damit ich sie ziehen kann. Ja. Ja. Und hältst du es nicht... Achso, weil ich mehr Zeit brauch, das meinst du. Ja. Hätte ja auch sein können, dass ich es schaffe. Was ist los mit dir? Ähm... Du hast es gerade selber gesagt in der, ähm... In der Dings-Zeit. Was hast du denn da an? Das ist ein YouTube-Video. Was ist das für ein YouTube-Video? Gattel, was tust du? Hä? Du musst nicht auf der Kiste stehen, um an die Leiter zu kommen. Schiebst die Gals nach rechts, rennst an die Leiter. Hustle, Hustle, Hustle. Was ist das für ein Video? Das ist ein... Leak of Legends. Ja. Wie, 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 Leak of Legends? Sag nicht, dass du zu bösen, zu bösen Mami zur Seite kommen bist. Oh mein Gott, oh mein Gott! Was, du nennst Leak of Legends böse? Du musst jetzt nochmal das gleiche machen. Ja, und dann auf die Kiste und dann hier durch. Ja, genau. Wann hast du zu Leak of Legends gespielt? Tausend Jahre? Letztes Jahr im Oktober, glaube ich. Ich hatte ehrlich gesagt voll oft Bock mal wieder Leak of Legends zu spielen. Einfach für ein paar Helden, die du gut findest? Ja, weil ich einfach fresh, ich vermisse fresh. Das ist so krass. Vermisst den Hook, ja. Ja. Ja, aber das Problem ist, dass... Ich hab gehört, die Änderungen... Es gab halt so krasse Änderungen, dass ich einfach keinen Bock hab, mich wieder reinzufuchsen. Was meinst du denn mit krassen Änderungen? Ich mein, irgendwie krass war eigentlich nicht... Springen, 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 springen! Wuuuuh! Was wäre dein Ding? Naja, ähm... Hieß es nicht, dass... Spellvamp ist zum Beispiel weg. Ja, Spellvamp ist komplett weg, ja. Gab's nicht irgendwie ein neues System oder so? Neues irgendwie Master-System oder sowas ähnliches? Die Masteries wurden wieder geändert. Das hast du aber bestimmt einmal mitbekommen in deiner Karriere. Ne. Hab ich nie mitge... Nein. Die Masteries wurden schon dreimal, glaub ich, geändert. Nein. Du musst es anmachen und hochspringen, während der hoch fährt. Hm. Hup! 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 Musst du runterfahren lassen? Ich bin nicht hier auch fertig. Vielleicht kann ich einfach weiter rennen. Nein. Du musst ihn wieder hochfahren lassen und rausspringen. Ja, ich muss die Gatling Gun aktivieren. Nein, nein, braun. Oh! Du musst die Kiste mitnehmen. Ähm. Ja, ne. Ich hab schon ewig nicht mehr Legen auf dem Land. Aber ich muss echt sagen, ein paar Heroes... Also ein paar... Legends of League. Ne, du musst die mitnehmen. Schiebe einfach so lange... Ach, die reagiert nur auf. Den Dings. Deswegen brauchst du die Kiste. Lebendige Peoples. Ja. Lebendige Peoples. Was auch, die schießt immer noch mehr von der anderen Seite. Alles gut. Ja, wird sicher nicht. Das ist Gravity Change. Wuuuh! Oh, die Kiste! Ah, I need that shield, I guess. Probably. Geht das Teil irgendwann mal aus? Nee. Ich muss es selbst deaktivieren, wa? Jep. Du musst da auf die Leiter rauf. Du kannst mit der Kiste auf die Leiter rauf. Ja, aber... Muss ich das nicht mittlerweile schon mal deaktiviert haben? Oh mein Gott, das fuckt mich jetzt ab, okay? Ah, oah. Ich muss es deaktivieren. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ja, wenn du es deaktivierst, dann ist die Kiste hier auf der anderen Seite. Du brauchst die Kiste hier oben auf jeden Fall. Ah, äh. Du brauchst die Kiste hier auf der... Auf der Geraden brauchst du die. Ne, ne, nicht da drauf, sondern... Oder? Brauchst du hier für beide? Warte mal, lass mich mal überlegen. Ne, ich kann es ja nur einmal aktivieren, aber nicht halt oben. Warte mal, warte mal, warte mal. Ah, ach. Ähm. Du brauchst irgendwo ne... Ist da links noch irgendwo ne Kiste, wenn du weiter nach links gehst halt? Lass die Kiste mal los und guck mal, ob links noch ne Kiste ist. Ne. Also ich habe keine gesehen. Ja, guck mal, du kannst ja noch ein ganzes Stück nach links. Boah, das wäre jetzt auch sozial, wenn da noch ne Kiste irgendwo ist. Du brauchst auf jeden Fall den Zweiter. Alter, der Baum, der fuckt mich grad voll ab, weil der da... Oh, ein Schmetterling! Ja. Wie ist es? Ah, du brauchst die Kiste erstmal hier, glaub ich. Ne. Doch, du musst die Kiste da ran und dann gehst du den Berg hoch. Are you fucking kidding me? Nein, I'm kidding you not. Boah, der Moment, wo man sich ne, äh, Rent-Taste wünscht. Ja, guck mal, ich muss erstmal hier ein bisschen, äh, Weg hinter mich bringen. Weißt du den Hero, den ich am meisten vermisse, na? Ich soll raten, welchen Hero du am meisten vermisst? Ja. Oh man, okay, warte. Kann ich mich überlegen. Gib mir ein bisschen Zeit. Es ist aber keiner, der... Aber es ist noch einer, den ich mitbekommen hab. Ja, natürlich. Es ist keiner von den... Ich hab auch viele von den Neuen gar nicht gespielt. Zum Beispiel Ivern, den Baum, alter. Der Büsche macht, alter. Ein Büsche, ein Hero, der Büsche macht, alter. Okay. Der sein Haarwuchs verteilt, alter. Jinx? Was? Lux. What? Okay, warte, 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 warte. Ich komm da nicht hoch. Du Pfeife! I hate you! Thanks for trolling. Jetzt wenn du das... Nein, du schie... Du lässt es da. Nein, du lässt es da. Und dann änderst du die Gravity. Trust me. Change the Gravity. Ich hab echt das Gefühl, dass es nicht das ist, was ich machen muss. Change the Gravity, my friend. Oh, my God. Oh, my God. Chris führt mich irgendwo hin, wo ich nicht hin muss. Das find ich nicht cool. Auf jeden Fall. Ja, aber wie soll ich jetzt da hinkommen? Jetzt klettest du hier runter. Aber ich brauch doch die Kiste, um hier hochzukommen. Nee, du rennst jetzt nach links. Spring ab von da aus. und dann musst du wieder springen, wenn du schießt. So, und jetzt gehst du weiter nach links, 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 links. Jetzt küsst du da unten beim Fahrstuhl. Fuck. Thanks, Obama! I think I broke it. Obwohl, kriegst du die noch mal wieder hoch? Ja, ja. Natürlich, du schiebst sie rein. Ja. Ne, ich muss ja nicht rein schieben. Ich lass sie einfach hier und komm sie wieder hoch. Nein, du schiebst sie erst rein und dann schickst du den Fahrstuhl. Pass auf, du schiebst ihn jetzt wieder rein, rechts, ja? Die Kiste in den Fahrstuhl? Ja, und dann aktivierst du den Fahrstuhl und kletterst in den Fahrstuhl rein. Ups. So, dann haben wir die Kiste schon wieder oben. So, jetzt ziehst du die Kiste nach links, holst ihn runter, auf dem Fahrstuhl die Kiste. Also jetzt mach den Fahrstuhl runter. Hallo. Ja. Und dann auf dem Dings drauf und dann kletterst du auch wieder beim Hochfahren auf die Dings drauf. Dann bist du nämlich jetzt geschützt von der Gatling Gun. Und dann müsstest du wahrscheinlich auch da links rüberspringen können. Ja, aber ich weiß nicht, wo... Und da links wird noch ein Dings sein. Da links wird noch eine Kiste sein. Jetzt kletter auf die Kiste und spring rüber. Guck mal, selbst Limbo-Boy denkt sich so... So, Chris, please, what the fuck? I mean, like... Jetzt spring da rüber. Look at this shit, man. So, okay. Spring. Believe in you. Ich schluss hier, wenn da nichts ist. Wenn da nichts ist. Was ist das? Klingel kannst du da an? Danke! Yes! Yes! Ja. Kannst du das wieder an... Was passiert, wenn du das wieder an... Kannst du das wieder anmachen? Jetzt ausmachen? So, wie kriegen wir die Kiste da raus? Ah, ja. Ja, ja, du machst... Zieh sie wieder hoch, ja? Nein, zieh sie wieder hoch. Bis ans Ende. Bis ans Ende. Dann machst du aus. Und wenn sie zurückkommt, machst du es wieder an. Jetzt. Jetzt aus. Du musst sie hin und her wackeln. Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Okay. Du musst den Speedpoint finden, weißt du? Den G-Punkt. Ja. Oh, lass dich nicht zerquetschen, Alter. Fuck. Oh, Mann. Close enough. Close enough. Du musst sie da durch mal referieren, wie so ein Schiff. Das war zu viel. Du darfst nicht umgehen kommen. Okay. A game in the game. Das wird immer abgespaced da, Alter. Shit! Das ist jetzt ein Spiel im Spiel. Wie bei Dishonored, wo wir das Zeitreise-Ding gefunden haben. Zu früh, wa? Nee. Ja, ja, ja. Ja! Wuhu! Und jetzt schiebst du die bis da ran und dann aktivierst du das Ding wieder. Bis wo hinten dran schieben? Schieb da ran, ja. Und jetzt aktivierst du da links das Ding wieder. Nee, aber das ist nur für diesen Bereich, glaube ich, oder? Das ist nicht. Siehst du? Achso, dann musst du die Gravity ganz am Ende umdrehen. Jetzt benutzt du die Kiste. Ja, weil hier ist ja die Klippe am Felschen runter. Jetzt benutzt du die Kiste wieder, um halt rüberzukommen. Nein, du musst... Achso, ja, okay. Dann kannst du fast wieder runter machen. Ey, Mann, wir haben das Rätsel gelöst. Oh, boy, Alter. Aber die Rätsel werden größer jetzt, ne? Die werden nicht nur größer, die werden... Abgespaceter. Abgespaceter, krasser. Man muss echt krasse Mechanics langsam... Everybody was convocating. Everybody was facetings like me. I was just a little bit friendly. Jetzt musst du auf ganz links die Kiste holen. Dann werde ich eine Kiste brauchen, um... Um da raufzukommen. Auf dem ersten raufzukommen und das andere... Zweite raufzukommen. Und du musstest auch noch gut timen, ne? Das ist auch noch die Sache. Weißt du, was ich meine? Du musstest halt... So. Oh, Mann. Ey, Mann. Endlich kannst du deinen Double-Sheet-Skill zeigen, ja? So, wir brauchen auf jeden Fall hier eine, um auf die Leiter zu kommen. Nee, Quatsch. Nee, Quatsch. Nee, Quatsch. Nee, Quatsch. Du brauchst keine da. Ich brauch einmal eine, um... Hier hochzukommen, ja? Nein, um auf die obere... Du brauchst eine, um auf den unteren zu kommen und eins auf das dann, ja? Und du musstest so timen, dass halt genug Zeit hast, von links halt rüber zu rennen. Ja. Du musstest wahrscheinlich, wenn es ausfällt, musstest du es aktivieren halt. Ja, ist okay, das müsste sie ja ein Stück zurückschieben. Jetzt. Let's run, run. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Stell dich einfach auf. Stell dich einfach auf. I got it. You did it. Und die Kiste so. Oh, no. Don't let me behind. Oh, shit. Was ist los? Aber wir kriegen es echt... Ich muss... Das muss ich jetzt einfach mal loswerden, ja? Wir kriegen die Episode aber auch immer richtig on point zu Ende, immer wenn ein Rätsel gerade zu Ende gegangen ist und wir vor dem nächsten Chapter quasi stehen. Ja. In der Regel schon. Also, es ist ziemlich oft passiert. Okay. Maul halten. Ja. Warte mal, ich muss meine Socke richten. Bye. Was ist das? Willst du das Ohr... Die Ohren der Zuschauer bumsen? Wollen wir wegspinnen? Oh, ja. Oh.